Mein Freund Soar. Liegst du gut? Leg dir noch in aller Ruhe deine Decke zurecht. Ich warte so lange einfach. Denn Entspannung sollte man nicht versuchen zu erzwingen. Und wenn du nun bereit bist, möchte ich dich zu einer Reise einladen. Eine Reise durch das Wasser. Einst konnte ich nämlich eine außergewöhnliche Bekanntschaft machen. Sein Name ist Soar und er ist über 1000 Jahre alt. Trotz seines Alters wirkt er noch sehr frisch und jung. Soar ist von ruhigem Gemüt. Sein Motto ist, steter Strom schiebt auch den schwersten Stein davon. Seine Lieblingsfarbe ist Himmelblau. Und am meisten mag er Sonnenschein. Wenn das Wetter mehr als sechs Tage nur Regen bietet, dann wird Soar reißend wild und ungestüm. Er mag es nicht, wenn es so lange regnet. Das steigt ihm immer zu Kopf. Dann quillt er regelrecht über vor Zorn und Frustration und wirft hin und wieder auch mit Schlamm und Ästen um sich und allem, was sonst noch in ihm schwimmt. Oh, habe ich das denn schon erwähnt? Soar ist ein Fluss. Er ist mehrere Kilometer lang und an manchen Stellen so breit, dass man ein wirklich guter Schwimmer sein muss, um ihn überqueren zu können. Als wir uns kennenlernten, war ich selbst erst sieben Jahre alt. Es waren gerade Sommerferien. Bei unserem ersten Treffen hatte ich es mir an seinem Ufer mit einer Decke gemütlich gemacht und stundenlang dort gespielt. Ich habe Steine über das Wasser springen lassen und mit dem Kies am Rand Burgen gebaut. Ich habe Blätter in das kühle Nass gelegt und Sirenen fahren lassen. Ich habe sogar ein bisschen darin geplanscht und mit den Fischen geplaudert. Soar musste das wohl gefallen haben, denn er brachte mir ein Geschenk. Eine kleine, gelbe Gummiente. Er schwappte sie mir zu mit einer sanften Welle, die meine nackten Füße benetzte. Ich war begeistert. Die Ente war mit schleimigen Algen überzogen. Aber ich freute mich so sehr über sie, dass ich für den Rest des Tages nur noch damit spielte. Ich erzählte den Fischen von der Reise, die die Ente bereits zurückgelegt hatte. Und die Fische und Soar lauschten mir gespannt. Die Ente nannte ich Gunter. Gunter ist Tierarzt, der einzige Beruf, der für mein damaliges Verständnis erstrebenswert war. Er selbst hat zwei große Karpfen als Haustiere. Blub und Platsch. Gunter ist ein fantastischer Koch. Aber für seine ausgefallenen Speisen sucht er immer neue Zutaten. Damals war er auf der Suche nach Erdbeernelken, Kartoffelschaum und Pfirsichmehl. Er hatte sich schon quer durch den Fluss gefragt, aber niemand konnte ihm helfen, diese eigenartigen Zutaten zu finden. Schlussendlich musste er einsehen, dass es manche Dinge wohl nur am Land zu finden gab. Also brachte er Blub und Platsch zu einer Freundin und nahm die nächste Welle nach draußen. Ich habe ihm mit meinen sieben Jahren hoch und heilig versprochen zu helfen. Und mein Versprechen halte ich bis heute. Gunter lebt nun bei mir auf dem Fensterbrett in der Küche. Und wenn ich essen gehe oder auf Reisen, nehme ich ihn immer noch mit. Aber zurück zu Zohar. In jenem Sommer verbrachte ich fast jeden Tag an seinem Ufer. Dort, wo ich am liebsten mein Lager aufschlug, hatte er eine kleine Bucht zwischen einem Fels und dichtem Gestrüpp gebildet. Das Wasser war dort nur kniehoch und floss in einem trägen Takt vorbei. Ich fühlte mich sehr wohl in der kleinen Bucht und verbrachte viele Stunden damit, Boote für meine Gummiente Gunter zu bauen. Eines Tages fragte Zohar mich, ob ich denn nicht einmal ganz eintauchen möchte. Da musste ich gestehen, dass ich eigentlich gar nicht schwimmen konnte. Ich hatte immer Angst davor, komplett im Wasser zu sein. Der Boden ist zu rutschig und man kann sich nirgends festhalten. Zohar überlegte kurz und versprach mir dann, er könnte mir helfen. Mit viel Gluckern und Säuseln brachte er ein großes Stück Treibholz näher. Es war ein gewaltiger Ast, so groß, dass ich mich darauf legen konnte. Die Oberseite war von der Sonne gebleicht, die Unterseite glitschig und dunkel. Zohar sagte mir, ich solle mich einfach daran festhalten und das Treiben üben. Also tat ich das. Ich ging etwas weiter ins Wasser hinein, aber nur bis zum Bauch. Dann hockte ich mich langsam hin, bis nur noch mein Kopf herausschaute und hob probehalber meine Beine vom Boden ab. Meine Hände waren beide in das Holz gekrallt. Ich schwappte umgehend nach links, mein Schwerpunkt war ganz schön versetzt. Sofort hatte ich Angst und stieß beide Beine wieder fest in den schlammigen Boden. Zohar bot mir an, jeden Tag mit mir zu üben. Ich musste nur den großen Ast ans Land schieben, wenn ich abends nach Hause ging, sodass er nicht versehentlich davongetrieben werden konnte. Widerwillig, aber doch neugierig, stimmte ich zu. Nach vier Tagen konnte ich mich bereits besser stabilisieren. Nach zehn traute ich mich, mit den Beinen anzutauchen. Und nach sechzehn hielt ich mich nur noch mit einer Hand fest. Zohar freuerte mich immer an und lobte meine Fortschritte. Er war gut darin, mich zu motivieren. Aber kein guter Lehrer. Du musst einfach treiben wie das Wasser. Sei blocker wie der Wind, aber stark wie der Ast. Ich verstand überhaupt nicht, was er meinte. Aber trotz allem lernte ich nach und nach, mich zu entspannen. Das Wasser wirkte immer weniger bedrohlich und Zohar bestärkte mich immer wieder, auch mit kleinen Geschenken. Als ich mich das erste Mal mit den Beinen antauchte, schenkte er mir einen perfekt runden Stein. Als ich mich traute, eine Hand loszulassen, gab er mir eine wunderschöne Blüte. Und als ich zum ersten Mal ohne Ast ins Wasser ging und es sogar schaffte, einen ganzen Zug zu machen, bevor ich wieder Angst bekam und im bauchhohen Wasser aufstand, belohnte er mich mit einer schimmernden Muschel. Angespornt von seinen Geschenken und lieben Worten lernte ich innerhalb weniger Wochen das Schwimmen. Soar war unfassbar stolz. Und wenn er kein Fluss wäre, hätte ich bestimmt Tränen der Freude in seinen Augen sehen können. Der Rest des Sommers verging viel zu schnell. Ich ging schwimmen, so oft ich konnte, und Soar begleitete mich. Wenn es regnete, lief ich mit meinem Regenmantel und Gummistiefeln an seinem Ufer entlang und erkundete die Umgebung. Soar war an Regentagen oft wenig gesprächig. Er meinte immer, seine Laune sei dann so trüb wie sein schlammiges Wasser, das vom Regen ganz aufgewühlt wurde. An einem dieser Regentage entdeckte ich eine Kurve, hinter der Soar so breit wurde, dass die Bäume am anderen Ufer nur klein aussahen. Wie gebannt starrte ich auf das wallende Wasser, das Treibgut und Blätter hin- und herwälzte, und ich fasste einen Entschluss. Das ist die letzte Prüfung, dachte ich. Wenn ich es schaffe, bis dorthin zu schwimmen, dann kann ich wirklich schwimmen. Natürlich war es ein gewagter Plan. Aber Soar war ja hier. Ich hatte keine Angst mehr. In den nächsten Sonnentagen erzählte ich ihm also von meinem Vorhaben. Er warnte mich, dass das gefährlich wäre alleine, aber ich wollte nichts davon hören. Ich nahm den großen Ast, der immer noch heil und sicher in meiner Bucht lag, und ließ mich langsam damit flussabwärts treiben, zu der Kurve. Dort angekommen, kamen doch noch einmal Zweifel auf. Es war wirklich weit. Ich holte Tiefluft, fasste all meinen Mut zusammen und schwamm los. Die ersten paar Meter waren kein Problem. Meine Beine schlugen kräftig aus, und meine Arme schoben sich durch das Wasser, als wäre es ein leichtes. Aber bald wurden meine Arme müde. Ich wurde langsamer. Meine Beine fühlten sich immer heißer an Veranstrengung. Ich war circa bei einem Dreiviertel der Strecke angekommen, als mich meine Kraft ganz im Stich ließ. Da hob mich Soar an und drehte mich vorsichtig um, bis ich auf dem Rücken lag. Ich streckte Arme und Beine von mir und ließ mich flach auf ihm treiben. Das war schön. So hatte ich davor noch nie im Wasser gelegen. Der Himmel war klar, und die Sonne kitzelte meine Nase. Ich entspannte mich wieder und vertraute ganz auf Soar. Meine Kraft kehrte langsam in meine Glieder zurück. Ich drehte mich wieder auf den Bauch und schaffte sogar noch die letzten Meter zur anderen Seite. Dort angekommen, hiefte ich mich schwer atmend aus dem Wasser und blieb erst einmal ein bisschen liegen. Meine Muskeln taten weh. Aber es war ein guter Schmerz. Ich stieß einen lauten, triumphierenden Schrei aus. Ich hatte es geschafft. Ich hatte es geschafft. Ich hatte der langen Strecke getrotzt. Ich hatte gewonnen. Ein Lachen brach aus meinem Mund und kugelte mit mir durch das Gras. Eine Woge aus Glück und Stolz packten mich und trugen mich auf einen Höhenflug. Ich jubelte noch einige Zeit und wirbelte herum, tanzte mit dem Wind und lachte mit Soar. Den Weg nach Hause allerdings legte ich dann doch zu Fuß zurück. Man muss es ja nicht übertreiben. Als ich gegenüber meiner kleinen Bucht stand, war es ein Kinderspiel, wieder auf die andere Seite zu schwimmen. Erst hier fiel mir auf, dass ich meinen großen Ast ganz vergessen hatte. Und ich lächelte. Nun würde ich ihn wohl nicht mehr brauchen. Seit diesen schönen Kindertagen ist Soar ein guter Freund von mir. Und noch heute besuche ich ihn gerne und überquere ihn an der breitesten Stelle, nur um mich dort ein bisschen im Wasser treiben zu lassen.